Was wissen wir über die Dynamik von Infektionskrankheiten? Warum ist es wichtig, die Ausbreitung zu verlangsamen? Und was bringt es, zu Hause zu bleiben? Um all das besser zu verstehen, habe ich den Verlauf einer fiktiven Epidemie mal am Computer simuliert und so verschiedene Szenarien durchgespielt. Zuerst habe ich das Modell von Harry Stevens, das in der Washington Post erschienen ist, nachgebaut. Jeder Punkt stellt eine Person dar. Die blauen Punkte sind gesunde Personen und die roten Punkte sind infizierte Personen. Treffen sich ein blauer und ein roter Punkt, werden beide rot. Die infizierte Person hat die gesunde Person angesteckt. Unten habe ich die Anzahl der gesunden und infizierten Punkte in einem Diagramm dargestellt. Diesen Verlauf sieht man sehr oft bei Populationsmodellen. Man nennt das logistisches Wachstum. Am Anfang steigt die Anzahl der Infizierten fast exponentiell, weil ihr Wachstum sich selbst verstärkt. Logisch. Je mehr Infizierte da sind, desto mehr können andere anstecken. Dann flacht die Kurve wieder ab. Uns gehen einfach die gesunden zum Anstecken aus. Okay, weiter geht's. Jetzt sehen wir auch grüne und schwarze Punkte. Sie stehen für die geheilten und gestorbenen Personen. Und so geht die rote Kurve schließlich wieder runter. Warum ist es jetzt so wichtig, die Kurve abzuflachen? In unserem Modell hatten wir bis jetzt eine konstante Sterblichkeitsrate von 5%. Die Kapazitäten des Gesundheitssystems sind in der Realität aber begrenzt. Um das abzubilden, gehen wir ab jetzt davon aus, dass nur 20 von 100 Punkten gleichzeitig versorgt werden können. Sollten mehr Punkte gleichzeitig infiziert sein, haben die übrigen Infizierten, also die, für die kein Krankenhausbett mehr frei ist, eine erhöhte Sterblichkeit von 25%. Die Simulation beginnt ähnlich wie die vorherige. Schnell wird die 20-Punkte-Marke überschritten. Viele Infizierte können nicht versorgt werden. Jetzt sind fast alle Punkte gleichzeitig infiziert. Die meisten davon haben also eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, die Krankheit nicht zu überleben. Und tatsächlich sehen wir deutlich mehr schwarze Punkte. Am Ende ist jeder sechste Punkt in unserem Modell tot. Wie können wir das verhindern? Bringt es etwas, wenn wir alle zu Hause bleiben? Um das zu untersuchen, habe ich das Modell noch einmal erweitert. Es gibt jetzt Wohnungen und öffentliche Orte, an denen sich die Punkte sammeln. Genau wie Menschen verlassen die Punkte in der Simulation aber auf die Wohnungen und besuchen dann zum Beispiel andere Wohnungen oder die öffentlichen Orte. Hier breitet sich die Infektion zuerst in einem öffentlichen Ort aus, befällt dann aber schnell auch den anderen und verschiedene Wohnungen. Die Anzahl der Infizierten steigt und steigt. Wieder können viele der Betroffenen nicht versorgt werden. Eine Wohnung nach der anderen wird infiziert und die Anzahl der Todesfälle steigt schnell. Der Rest der Erkrankten wird langsam wieder gesund. Ein einziger Punkt hat Glück gehabt, denn er wird durch Zufall nicht infiziert. Für die letzten 20 Erkrankten sind auch wieder genug Krankenhausbetten verfügbar. Die Anzahl der Todesfälle steigt nicht weiter. Bekommen wir es im nächsten Modell hin, die Kurve abzuflachen und die Anzahl der Todesfälle zu verringern? Probieren wir es doch mal mit Social Distancing. Nehmen wir fürs Erste an, die Hälfte der Punkte sind bereit, sich einzuschränken und die Wohnung nur noch sehr selten, also aus wichtigen Gründen, zu verlassen. In diesem Szenario habe ich die Punkte, die überwiegend zu Hause bleiben, jeweils mit einer gelben Umrandung markiert. Auch hier breitet sich die Infektion am Anfang schnell aus. Klar, nach dem ersten Auftreten müssen die Punkte ja erst einmal nach Hause kommen. Auch hier werden nach und nach viele Wohnungen infiziert. Allerdings deutlich langsamer. Noch bevor die Hälfte der Punkte mit dem Erreger Kontakt hatte, werden die ersten Erkrankten schon wieder gesund. Auch jetzt, wo die Anzahl der Erkrankten schon wieder zurückgeht, hat sich ein guter Teil der Punkte noch gar nicht infiziert. Auffällig ist, dass die gelb markierten Punkte, also die, die zu Hause bleiben, in etwa genauso häufig infiziert werden wie die, die weiterhin viel unterwegs sind. Durch ihr Verhalten schützen sie in erster Linie also nicht sich selbst, sondern die Gemeinschaft. Umgekehrt setzen die anderen, nicht unbedingt ihr eigenes, sondern genauso die Leben der Punkte um sie herum und sogar der Punkte am anderen Ende des Spielfelds aufs Spiel. Der Effekt ist deutlich. Auch wenn am Ende fast genauso viele Punkte infiziert wurden, gab es deutlich weniger Todesfälle. Denn dadurch, dass die Kurve in die Länge gezogen wurde, waren weniger Punkte gleichzeitig krank und so konnten die Krankenhäuser mehr von ihnen aufnehmen. Aber können wir eine Überlastung des Gesundheitssystems vielleicht sogar vollständig vermeiden und so vielen Punkten das Leben retten? Aus guten Gründen können nicht alle unserer Punkte zu Hause bleiben. Einige arbeiten vielleicht selbst im Krankenhaus, in der Apotheke, im Supermarkt oder bei der Müllabfuhr. Gehen wir also in der nächsten und letzten Simulation davon aus, dass 90% der Punkte Social Distancing betreiben. Natürlich stecken sich auch hier Punkte mit der Infektion an. Einige Wohnungen hat es schon erwischt. Aber wir sehen, dass gleichzeitig praktisch nie mehr als 20 Punkte krank sind. Die Praxen und Krankenhäuser können sich also um fast alle Patienten kümmern. Und auch wenn Todesfälle nicht vollständig verhindert werden können, manche der Punkte hatten vielleicht eine fiese Vorerkrankung, trifft es doch deutlich weniger als in den anderen beiden Szenarien. Schauen wir uns die drei Verläufe zum Schluss noch einmal im Vergleich an. Wenn die Hälfte der Punkte mitmacht, ist es schon eine deutliche Verbesserung gegenüber dem oberen Fall. Wenn nur ein Zehntel der Punkte regelmäßig die Wohnungen verlassen, gelingt es nicht nur die Kurve abzuflachen, sondern den Ausbruch tatsächlich zu verhindern, sodass am Ende die meisten Punkte gesund bleiben. Jetzt ist die große Frage, lassen sich die Ergebnisse auf die Realität übertragen? Wie ähnlich sind sich Punkte und Menschen? Wie ähnlich sind sich unsere fiktive Infektion und das Coronavirus, das die Krankheit Covid-19 auslösen kann? Die Wahrheit ist? Nicht sehr ähnlich. Immerhin laufen die meisten Menschen nicht ständig gegen Wände und prallen dann in zufälliger Richtung davon ab. Aber trotzdem. Es gibt gute Gründe zur Annahme, dass das Prinzip das gleiche ist. Und wissenschaftliche Beobachtungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass Social Distancing tatsächlich auch bei Menschen sehr effektiv ist. Also, geht ins Homeoffice, achtet auf eure Mitmenschen und bleibt gesund.